Und so wie ich das verstanden habe, gibt es dort kein PvP, sondern eher nur PvE. Und die ganzen Bakers haben die Gate zurückbekommen. Ah. Also shit, jeder kann mitmachen. Ihr wisst Bescheid, ja? Ja, jeder kann mitmachen. Wieder. Oh, der Trickster hat die erste. Hi, yay, yay. So ein bisschen lauter machen. Schlafe ich hier gleich noch ein. Okay. Oh, oh. Wo ist er? Okay, sie ist anscheinend abgehauen. Sie hat es geschafft. Ach so, ja, Helen, nee, denn lasst ruhig deinen Computer aus. Alles gut. Für ein, zwei Runden brauchst du nicht mitmachen. Das ist ja auch blöd für dich. Mach's schon. Junge, war das gut gezählt. Oh, holy moly. Junge, das war ja ein Headshot, wie man so gut sagen würde, ne? Ei, ei, ei. Hast du das gesehen? Oh, gute Taschenlappe. I love it. Aber sie stirbt. Sie wird gleich umkippen. Das, das Problem wird sein, wenn sie die Palette runterschmeiße, aber er rechtzeitig dann halt merkt, was sie vorhat, schmeiße sie entweder mit dem Messer nieder oder er trifft sie halt extrem. Aber ich glaube, sie konnte ihn gerade stunnen. Not, not bad. I like it. Das ist ein PC schon an. Ah, okay. Ja, ich würde sagen, das wird eine easy Runde werden, oder? Kein Hook. Für den Killer. Und wir haben schon drei Gents, also, bitte dich. Also, was will der Killer noch machen? Also klar, wenn er nötet, kann er noch alles reißen, aber ich glaube nicht, dass er es hat. So, da wird der nächste Gen gemacht. Keine Angst, ich werde nicht verkacken, Clued. Du hast auf mich gewartet. Ei, 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 okay. Krass. Aber ich kenne es, wenn ich das kleine auch treffe möchte. Also, alles gut, bitte. Alles gut. Kenne ich so gut. So, und da in der Mitte ist, steht auch noch ein Gen. Ich glaube, den machen wir als nächstes. Oh, du blöde Kuh, jetzt bist du reingegangen. Oh, du blöde Kuh, jetzt bist du reingegangen. Ich glaube, das, was der Killer nicht merkt, ist, er kann über diese ganzen Kisten rüberschmeißen. Er kann grundsätzlich über so vieles rüberwerfen. Warum macht er das nicht? Komm mal, der läuft, der läuft komisch hin und her. Da denke ich mir, da hinten sind doch die Gents schon gemacht. Schau doch mal hier nach. Was ist mit dem? Okay, eine Person läuft da hinterher, aber das bringt doch nichts. Na, guck mal, jetzt kommen wir raus und er hat nicht einen. Er konnte zweimal zuschlagen. Das war's. Er konnte zweimal zuhauen. Und das war alles. So, ich mache das Ding jetzt schnell weg. Kann sein, dass es nötig ist. Und dann schnell zum Tor. Ja, seid da. Okay, eins ist noch offen. Ein verfluchtes Totem ist hier irgendwo noch. Das werde ich sicherlich nicht suchen. Oder zumindest Tide, so ein bisschen. Wenn hier das eine ist, dann ist das andere. Oh, Scheiße. Scheiße. Oh, Alter, ich bin voll... Ja. Also, keine Ahnung, was sie davor hatte, aber wäre sie einfach straight gerade ausgelaufen, hätten wir es geschafft, aber ja. going, geht's ja. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020